Musik An der Züghusgasse in Zou befindet sich die liebevoll eingerichtete Boutique Skan. Der Skan hat sich ganz und gar der skandinavischen Wohnkultur verschrieben. Was das genau heisst, finden wir jetzt gerade zusammen raus. Musik Frau Lederach, wodurch zeichnet sich denn skandinavische Wohnkultur aus? Die skandinavische Wohnkultur zeichnet sich durch ein sehr hochstehendes, funktionelles und formschönes Design aus. Aussergewöhnliche Sachen bei uns im Sortiment findet man einfach entsprechend Saisonprodukte. Im Sommer haben wir Windrädchen, wir haben farbig bedruckte Gartenwerkzeuge, wir haben lustige Schalen. Musik Bei der Sortimentszusammenstellung legen wir sehr Wert darauf, dass wir für jedermann etwas haben. Für ein kleines Budget und für ein grosses Budget. Wir versuchen ein breites Spektrum an Kunden anzusprechen mit unseren Sachen. Musik Musik Ob jung oder alt, im Skan findet sicher jeder etwas, um seinem persönlichen Wohntraum ein bisschen näher zu kommen. Für Cityguide-Auszug Joni Hauser. Musik Musik dizer Musik Musik Musik